1971 war die Welt in Bewegung. Aber da bei uns war es, als würde sie zu stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Wegen Frauen weinen geht es nicht vor. Wie findest du, wenn ich wieder etwas arbeiten würde? Ist das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du auch gar nicht. So ist das Gesetz. Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein, ich bin nämlich für das Frauenstimmrecht. Zum Glück ist euch meine nicht ausschlaggebend. Ich bin dabei. Ich bin im Kampf. In Italien streiken die Leute, wenn sie etwas wollen. Wir müssen unsere Virginas kennenlernen. The Eye of God. Was hat sie gesagt? Nichts ist etwas Blasphemisches. Ich finde auch vieles ungerecht. Und ich mache nicht einen solchen Aufstand. Wenn der auch nicht aufhört, dann nehmen wir mal etwas. Die Männer machen Gesetze. Aber die Betroffenen von diesem Gesetz sind wir auch. Wenn es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiend ungerecht da ist. Für wer Tage reservieren? Für das lokale Aktionskomitee. Für das Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen. So stolz sind die Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen. Steht auch in der Bibel.